So Vorsicht bitte an der Warma, wir schauen uns hier wieder, Vorsicht bitte! So, alles Gawolle, jetzt ist Schluss, wir müssen jetzt schließen, wir sind jetzt auf genau unserer Rekommission. So, alles Gawolle! So, alles Gawolle! So, alles Gawolle! So, alles Gawolle! So, was geht zur Sichtkontrolle? Wie sieht's denn aus am Morgen? Gibt's dir noch gut? Hallo, was ist das an dem Lauer Kurkenverein? Gibt's dir noch gut? Wollt ihr noch mal? Dann alle platschen! Applaus, Applaus, Applaus! Jawohl, danke schön. Dann nimmt die Mutti noch mal den Fuß von der Bremse. Dann ist das. Dann noch mal her. Dann kommt Lobby. like sieben so drauf. Tschüss, Schmerz! Alles Leute, wie sieht's denn aus? Habt ihr jetzt die Schnauze vor? Nein! Was denn? Wollt ihr noch mal ein? Ja, noch mehr! Dann alle zusammen! Zicke-zacke, zicke-zacke! Hoi, hoi, hoi! Kicke-zacke, zicke-zacke! Hoi, hoi, hoi! Einer geht noch! Einer geht noch rein! Einer geht noch! Einer geht noch rein! Ole, 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 ole! Ho, ho, hoi, ole, 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 ole! Jetzt aber drehen wir noch mal auf, ja ey! Hau, ha, ha! Hau, ha, ha! Alles klar, Freunde, jetzt mal schön tief Luft holen. Das Eierloß haben wir nie vergessen, wir legen aus hier, Achtung! Finale! Finale! Ohohoho! Jawohl, Freunde, es ist ein Schweizer an der Gegend für den Fuß von der Blandse! Legen wir noch auf die Blandse! Was ist denn hier? Was ist hier los? Was machst du jetzt? Sollen wir nach Hause fahren? Bausteine! So, da komm ich heiße, aber es war der Geist, weil ihr so geil drauf seid, gibt es von mir noch eine extra Runde! Und meine Gäste immer noch das Beste! Ja! 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 Ja!